Next Round! So, es kann eigentlich ja nur noch besser werden, würde ich sagen. Mal gucken. Uh, quer durch die Zone durch. Ah, haha. Mein Plan ist diesmal nicht, direkt mal einfach auszusteigen, denn das hat mir bisher gar nichts gebracht. Also werden wir jetzt mal, ja, hier so... ...relativ spät mit aussteigen. Vielleicht kriege ich auch hier Boneyard oder... Aber warten wir mal. Gucken wir uns erstmal an, wie die ganzen anderen Menschen... Ja, sind schön aus, irgendwie. Okay. Der Plan ist... So viele Leute können jetzt auch nicht mehr in die Quere kommen, oder? So. Der Plan ist jetzt hier rauszugehen. Mal gucken, was hier oben noch so zu finden ist. Funktion auf jeden Fall. Da bin ich schon mit so wenig Leuten rausgegangen. Und jetzt hänge ich da schon wieder an diesem kleinen Mistding da fest. Ist ja in Ordnung, dass ich sterbe. Damit komme ich klar. Aber wegen so einer Kacke nicht abhauen zu können. Einfach mal ein bisschen mehr Konzentration. Ja, ist okay. Ich bin als nächstes dran. Schauen wir mal, ob wir das diesmal überleben. Irgendwie... Die letzten Runden, die ich gespielt habe, waren wirklich... Waren wirklich kacke. Lernkurve gleich null. Ja, immerhin. Immerhin im Gulag überlebe ich. Mehr oder weniger. So, ich bin jetzt Police Station. Bin ich kein Fan von... Ich treten hier, wenn ein Truck vorfährt. Ich höre nichts. Keine Kisten. Ah, fuck. Wie sieht es hier aus? Ist hier übrigens eine Waffe drin? Nein. Aber immerhin hier sowas. So ein Mist. Na super. Bedrohung noch am Arsch der Welt. Okay. Hier ist eine Kiste. Ist gar. Okay. So, immerhin ein Kill. So, dann kehrt er dann nochmal die Wecke. Die Frage ist, wo ist er? Da muss er direkt hier irgendwo sein. So, Position verändern. Äh. Feindliches, persönliches Radar in der Luft. Es verfolgt jemanden. Ach, schade. Naja. Ähm. Wir sind nicht so runde. So. Das könnte jetzt theoretisch meine beste Runde überhaupt werden. Warum? Weil die anderen schon scheiße waren. Ganz einfach deshalb. Denn viel schlechter kann es nicht werden. Also, zwei Kills, das ist so lächerlich wenig. Also. Ich habe keine Taktik. So, wo ist die Zone? Direkt hier am Anfang. So. Ich schaue es mir erstmal an, wo die landen. Alle Ziele im Einsatzgebiet eliminieren. So. Ich wollte schon sagen. Hier ist einfach gewöhnlich immer eine Waffe drinne. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Gehen wir mal vorsichtig vor. Was haben wir hier hinten? Zumindest mal Munition. Das ist schon mal viel wert. So. Schnell rübergejumpt. Schöne Kiste. Tür zu. Was haben wir denn hier schönes? Ein Scharfschützengewehr. Warum auch nicht? Nehmen wir halt ein Scharfschützengewehr diesmal mit. Bis ich es austauschen kann. Ach komm. Wenn die Lecks mal aufhören würden. Oh. Ach, ihr blöden Lecks. Ehrlich. Meine Bandbreite ist eigentlich stark genug. Clamore. Clamores finde ich immer lustig. Oh. 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 So. Dann schauen wir doch mal. Rechts wollen wir jetzt extrem viel los. Das ist ja auch. Bisschen aufwendig jetzt, aber... Bisschen aufwendig jetzt, aber... Ich kann mal hier den Feuermodus nicht ändern. Schade. Es hat nicht gefallen, dieser Bürstenmodus. Feigliches, persönliches Radar in der Luft. Es verfolgt jemand. Na gut, dann mal hier rüber. Feigliches, persönliches Radar in der Luft. Es verfolgt jemanden. So, machen wir mal eine ruhig. Und schauen wir mal. 112 noch am Leben. Okay, mal hier rüber. Das Gas kommt. Ja, 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 ja. Nur weil wir Deutsche sind. So, die ist jetzt auch erstmal nicht zu sehen. Ich muss eine Baffe hier loswerden. Das ist... Ach, schade. Der wird sich freuen. Der wird sich freuen. Ja, okay. Das sind die Leute, die dann einfach... Besser zielen könnten, in meiner Willigkeit, würde ich sagen. Beleidige sie oder erfolge die Visage mit einem geworfenen Stein. So. Nach dem Kampf dürfte ich dran sein. Ist ja kein Problem. Oh, schön. Okay. Okay. Pistole. Und zum Taps. Okay. Das war doof. Das dauert viel zu lange, bis sie werfen, ne? Platz 100. Okay. Nächste Runde wird besser. Bis gleich. Und... Weiter geht es mit Warzone. Ich weiß jetzt nicht, bei der wievielten Runde ich dran bin, deswegen... ein Hallo an euch an euch, die jetzt gerade eingeschaltet haben. Okay. Es geht mal wieder quer dran vorbei. Das heißt, relativ spät oder relativ früh rausspringbar. Boah, ist das bescheiden. Das ist wirklich bescheiden. Ja, also die sind auch alle verhalten mit dem Raushüpfen. Ähm... Ja, Military. Jetzt oder nie, denke ich mir. Jetzt oder nie. Sehr gut. Gut. Keine Munition mehr. Oho, scheißen Dreck. Naja, aber... Wir haben den ersten Kill gemacht. Oho, scheiß Dreck. Wenn ich jetzt erschossen werde. Lass dich in Ruhe. Es gibt Sachen, auf die ich gar keinen Bock habe. So, erst recht. Kiste im Blau, Sturmgewehr mitgenommen, Trophy-System. So. Und ne Panzerplatte. Yeah. Da seh ich mich doch. 20 Schuss. Ich brauch mehr Munition. Munitionstyp voll. Fällst mich doch verarschen. Weitliches, persönliches Radar in der Luft. Es verfolgt jemanden. Na gut. Ich weiß nicht, warum ich jetzt war, wenn ich diesen Schrank da geschaut habe. Okay. Also, hier zu warten ist auch kacke. Theoretisch muss ich weiter in den Süden laufen. Ja, ich glaube, ich war in den Süden. Ja, das... Ich wurde auf jeden Fall getroffen. Okay, okay, Kiste ist jetzt hier nicht mehr drin, aber... Ich hoffe, dass hier wenigstens noch Munition enthalten ist. Nichts. Das kann doch nicht sein. Wie, wie, wie... So schnell kann ich gar nicht klicken. Neuer Versuch. Neuer Versuch. Neuer Versuch. Du kannst es diesen Mistmeer und jederzeit zeigen, während du wartest. Der Gulag. Ein Kill erstes. So traurig. Ich glaube, ich würde diese ganzen Aufnahmen löschen, wenn das jetzt nicht funktioniert. Ne, das ist echt... Das ist diese Rabel. Eine kleine Auseinandersetzung. Ich hab dich ganz bereit. Du bist gleich dran. Wenn du hier gewinnst, gehst du zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem Mistkerl, wo der Hammer hängt. So, nehmen wir hin. Der Zweite. Wo sind wir? Ähm. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Aber hier ist meine Kiste. Also können die Idee gar nicht mal so schlecht sein. Und eine einigermaßen brauchbare Waffe. Dann schnell auf die andere Seite. Ich weiß nicht, ob hier auch eine Kiste gewesen ist. Nein. Hat so wild. Aber Munition. Mehr Geld ist es. Sorry. Mehr Geld. Munition. So, theoretisch müsste ich wieder nach oben Seite wechseln. Oder ist das unten? Ich glaube, das ist etwas komisch. So, das für den Nahkampf. Noch mehr Geld. vorsichtig großes offenes fenster sehr schön der sniper ist genau das was ich brauche fuck fünf schuss und 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 Der Versagen ist ein guter Lehrmeister. Okay. Bis zum nächsten Mal.